Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen? Kein Problem. Viele unserer Sätze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt übernutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Zetthoff, thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy travelling with Flixbus. Zetthoff, thank you for listening. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Martell, da waren ihr? Letzias Ahly Sattin, hier bin ich aufs Geschäft. Arte Sattin, hier bin ich schon mal Führerin. Wir sehen uns neu aus. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Alles verschüttet. Danke. Untertitelung. BR 2018 Kein Alkohol am Steuer. Untertitelung. BR 2018 Was sollen diese Schlaglinien? Untertitelung. BR 2018 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 Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack und... Untertitelung. BR 2018 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 Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord. Und details of our snacks and beverages. There is a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard wifi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are recorded. noch einmal alles, wenn wir damit zulasse. Aber das ist eine Verkaufelung. Wir sehen uns, dass das sein wird. Wir sehen uns, dass bei einemchlagenen Einstieg. Wir sehen uns schon, dass einer Power- und Schönein zwischen Flachaukern und Flachaukern. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. Untertitelung des ZDF, 2020